Blut, ich bin es klar. Splittergranate unterwegs! Splittergranate! Ich werde getroffen! Feuer! Das lag gleich so. Warum bin ich so weit weggeflogen? Gute Frage! Aber ich wollte gerade noch sagen, dass ich... Ich habe Rift gespielt, was schon dumm war. Aber erklär mir bitte, wie der Snipe Connected haben kann. Der war anderswild. Ah ja. Kann mir bitte einer erklären, warum die Triple Taken Ornament hat, das Fantastische Schwänze heißt? Nein. Ich will es dir auch nicht erklären. Der Dude hat mich komplett... Also, er habe ich mich kaum gewöhnt. Was passiert eigentlich, wenn sie das hier machen? Jetzt weiß ich was passiert. Mann. Jo. Wahrscheinlich mit dem Headshot, oder? Du allein wirst jetzt den Sieg einhoben! Du allein wirst jetzt den Sieg einhoben! Der letzte ist hinter der Kiste. Null als untere Fall! Null! Du entkeust nicht! Komm, du selber hin. Zürfen, Bastard! Soll ich euch irgendwas hier schießen? Nein. Ich will. Digga! Schieß doch nicht! Schieß doch nicht! Schieß doch nicht! Türen! Das war keine Absicht! Jetzt kann sie schießen! Ja, ich schieß ja schon! Schieß doch nicht! Boah, das ist etwas hoch, Alter! Das war höher als erwartet, die Plattform! Ach, schon mal! War die zu hoch für dich, Thomas? War die zu hoch für dich! War die zu hoch für dich! Sieh dich hoch, und ich seh nur noch an meinem Bildschirm ran, wie Zora sind sehr viele Leute feucht werden! Tim zum Beispiel! Hast du mal mitbekommen, dass... Schau! Moin! Hat da gerade ein Typ runtergefallen, oder hab ich das so aufs Augenwinkel gesehen? Nein! Ich steh hier auf der... Das war schon zu viel, glaub ich! Guck mal, ich krieg jetzt dieses wunderbare Silberabzeichen aufm Arm! Arm? Nee, krieg ich nicht, weil ich erstmal zwischen der Bronze und Silberplatte runtergesprungen bin! Äh, Arm! Ich muss jetzt irgendwie noch vier Lawbänder zu halten! Bitte, ich muss mich konzentrieren! Aha! Wir sind hier auf, wenn ich mal jetzt ringe! Ich weiß, ich wollte in den verlorenen Sektor gehen! Das ganze... Da, 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 da! Wo, ich fixe sie! Da, bei mir! Ah, es ist eigentlich echt bitter! Mit Zahlen 1! Kann man so eine Nutzer sein! Das ist eine sehr gute Frage, mein Nutzer! Ich meine, hey! Da liegt jetzt... Da liegt ein Lawbänder! Ich versteh nicht, was das Problem ist! Bist du gequittet? Ich bin... Ich bin zu Devon umgegangen! Ah ja, okay! Zu meinem einzig wahren Freund! Hahaha! Ich find's leider zu witzig, muss ich gestehen! Helf mir jetzt beim Snipen! Ah ja! Guck mal, wir haben mal leichter gezogen! Hahaha! Über den Kreis dann! Nur ich schaff' er wird! Okay! Das war's ja! Kompli! Hahaha! Da war ja alles gut dran! Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? What the fuck? Was zum Fick seh' ich da gerade? Oh! Tränen sich, die Spreu verwaltzen! Ich kann deine nichts ane kochen! Vier Titans ernsthaft? Ja, ein Warlock! Ein Jäger! Ich hab eigentlich... Ich hab auch Titan nur für die Phase mitgenommen! Oh wow! 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 Hahaha! War der erste Sprung! Das hat ein Downforce-Worn, Digger! Hahahaha Scheiße Ja Achso warte wir brauchen noch die töten Wir brauchen noch Nummer 9 Das gute alte töten Die Sniper machen aber auch krass Schaden Ja die sind verbuggt, die verdreifachen den Schaden Oh ist nett Also jeder, eigentlich sollte der Schaden auf die 3 Partikel verteilt werden, H1 Sony Ah Ja Du bist gerade bei mir absolut straight am runter gefallen Scheiße ich bin fast Wahrscheinlich Wahrscheinlich Wer schießt mich an? Die Würde auf den Gegner tippen Ah was du nicht sagst Nö das bin ich 10 Oh Gott Ey 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 Klasse feier fort Tim ist schwierig mit dem Warlock hoch zu kommen Ich raste aus Alter Ich geb's jetzt auf Ach Tim Das sieht so traurig aus Ey das ist Sowas ist nie die Lösung, okay? Geh Geh einfach weiter Ey Wenn du's nicht gemacht hättest, hätt ich selber nochmal gemacht Perfekt ein Tick-Cream-Mörder Perfekt Pinball, Alter, genau hier in die Bande Pfff Come on Der Er ist der einzige Realer, Alter, ohne Scheiß Ach vergessen was er hält Jesus 10 out of 10 Warum ist hier ne fucking Band auf dem Turm, holy shit Was? Sieht man weh Deine Rückkehr Ich weiß nicht mal, ich will das überleben Ich fängst uns nicht vorne, ich mach boh Danke Oh nein Haha Igb gerade eben Lamar gelegt Das Ding hatte sieben Staffeln, ich würde mir auf jeden Fall nur Leute was reinziehen Oh lol Nein Du hast doch geklass zu dem Nacht Und du liegst doch wohl da unten Das wäre nicht so gut Denn wir haben keinen Rucksack Und Drecksvieh Oh mein Gott Das ist voll genau Da oben müsste die sein, oder nicht? Also da Ja, könnte sein Das ist die Plattform, ne? Ich weiß es nicht, ich bin ehrlich gesagt in der Küche am abspülen Stabil, stabil Exim Wo bist du? Du bist hier hochgekommen, stabil B Oh Hahahaha Hahahaha Ich wollte dich da weg, hat er gesagt Was soll fehlen? Fuck Du Lachs Du bist einfach schlecht Thomas, was soll man da machen? Ok Hey Heey Waaaah D'abst war ein Stabiler Launch Der hat mich wirklich komplett aufeinander genommen, Thomas Gott entweder hättest du jetzt gestanden oder du bist gestorben, Alter Ich bin absolut gestorben. Oh nein, ich Idiot. Nein! Nein, Niklas, oh mein Gott, was war das, Alter? Das ist doch trotzdem so peinlich. Dann kommst du, ich bin nicht mal von den Ballern weggeballert worden, Sorge. Dann werde ich lieber weggeballert. Dann werde ich lieber weggeballert, Alter. Ich würde nie einer weggeballern, Sorge hassen. Stärke der Erinnerung, Herausforderung. Ja, das ist kein Auge schießen bei Rufen. Also nicht kein Auge schießen, ist legit die Herausforderung. Kein Hüter darf zweimal dasselbe Auge schießen, aber weil die niemals, ever, jemals irgendjemand richtig machen wird. Na geil, ich bin aus der Wetter des Schicksals. Wenn er tragisch, wenn nicht was passieren würde. Ich wusste es, Mann, ich wusste es. Es ist so eine Scheiße, ich wollte es nicht sagen, Alter. Ich habe schon tief eingeatmet, als du was hast. Ich wusste es. Bring mich um, bring mich um. Ah, fuck you, Alter. Jawoll, Mann, geil. Alter. So. Ich habe kein Heavy mehr. Was war denn jetzt? Ob es so ein Ding in der Mitte? Das hier, was es war, ich kann es immer noch reinschießen. Gut gemacht. Null. Interessant. Interessante Michaelik. So, nochmal jetzt. Ja. Wir sind noch sehr eingehübt. Steven hier einfach wieder mit den Premium-Emojis. Oh, das kannst du mit dem Peit nicht abbremsen. Häh, ne Hure. Ich bin voll gegen dich geflogen, Alter. Ja, und die hatte gerade die Hand nicht am Pen, deswegen. Ich bin voll gegen die Umgebung. Ich bin voll gegen die Umgebung. Und sie hatten die Umgebung. Ich bin voll gegen die Umgebung. Vielleicht habe ich das zu wenig gespielt. Jep. Der Sprung ist doch schwer, ne? Ja, ja. Ey, das Ausweichen, ich war noch nicht auf das neue Ausweichen gewöhnt. Oh, lol! Oh, jawoll! 3, 2. Und 4, bereit. Ey, war so synchron, Jungs. Da kommen wir, da kommen wir schon zufrieden. Ich hab's so aus dem Winkel gesehen, wie der Anfang gemacht hat und nicht erst recht spät, wo schon ein paar Sachen bekannt waren. Also, leichter als Grasswolf Errorist auf jeden Fall. What the fuck? So long, buddy. Heavy. Oh, heavy! What the fuck, wie, Niklas? Was? Oh, warte. Wow. Ich hab diesen Namen. Ich hab diesen Namen. Ich hab diesen Namen. Ich hab diesen Namen. Ich bin legit nicht in der Lage, neig zu holen. Ah, gut. Ah, fuck auf. Oh, eins war's. Nee, schieß doch nicht, du fuck! Der Junge zieht durch, oder? So, fuck. Ohhhhh! Ohhhhh! Wie ich ihn aufgehalten habe! Yo! Erich im Kleinen, wo ich dachte, dass ich den nicht kriegen müsste. Ach, hier ist der Boss! Was denn? Den Funken! Was war das? Das gesehen und ich hab tendiert zum Violet, muss ich sagen. Ja, ich auch. Allein schon wegen dem Legi. Das Legi sieht ein bisschen, ich find's besser, aber ein bisschen geschmacksamer. Ja. Seht dann sprachlich ansprechender aus. Weil, das, du kannst das ja jetzt cool spielen. Äh, bevor ihr euch... Fortet? Bleib einfach da oben liegen. Bevor ihr euch fortet, wollte ich sagen, und dann bin ich schon tot. Ahhhhh! Kannst du Ursula heißen? Ne, was macht der Boss da? Seht ihr das auch? Ja. Er dreht sich von uns weg, schießt mit dem rechten Arm hinter sich und die Schüsse kommen links vorne wieder auf. Ich bin raus. Fuck. Bruder. Was bringt der denn meistens? Ach, Bruder. Okay, 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 okay. Nein! 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 Ich bin raus. Ja, ich bin raus. Der so, aha. Ich glaube, so. Aha! Aha! Ich finde, ich kann mich auch. Bam, Junge! Einfach zerschellt, weil ich eine Maschine bin. Okay, ich hoffe, ich hoffe. Schaffst du, du schaffst es! Du schaffst es! Komm schon, komm schon! Oh Gott, der ist Mies! Der ist Mies, jungen. Da ist ne Schräge oben drüber, das ist mies. Ooooooh! Ooooooh! Hahaha! Du Ficker! Hüter gefallen! Du bist doch... Ich glaube, Thomas ist gerade sehr zufrieden mit sich selbst. Boah, das muss halt mal sein. Ich raste auch. Ich blockier ihn, Tim. Los, schnell! Oh, tut das auch nicht. Das ist ja doch schlimmer! Warum? Ich habe aber ne sehr schön glatte Zahlen, muss man schon sagen. Also, das sieht man auch nicht alle Tage. Kann man machen. Ist richtig. Jetzt musst du noch einen Sprung schaffen. Weißt du irgendwas? Komm, Thomas, zeig mir deine Bargarina-Skills. Oh mein Gott! Das ist auch lange keine so entspannte Phase mehr. Weißt du noch, glaub ich, das letzte Mal, als wir gelaufen sind, haben die Übel reingetoben. Ja, weil die Ohren auch da war. Digga, guck mal, hast du gesehen, dass der gerade von dem oben kam? Ne. Oh Gott! Der hat gerade eben so... Das kriegt halt, wenn man da nicht sieht. Wenn du den Hammer richtig nörst, kannst du den Poloß auch zweimal hinten. Ja, ich glaube nicht. Okay. Das ist auch schön, wie wir gerade rechts den Poloen hier immer geworfen haben. Pfff. Stürp. Stürp. Loi! Was war da? Der Hetzchen mal 5 Beut, äh, wird mir richtig schlecht interessiert. Verteidige deinen Läufer, bevor es zu spät ist. Zwei erleben. Komm schon, Teamate, ich mach den Weg frei. Teamate! Der, ich hab hier gerade wirklich jeden getötet auf dem Weg. Zurück zu euren Basispunkten. Süße Verbrennung. Rücksetzung. Zeit für einen Teleport. Wieder gefallen. Das macht's. Einfach von hinten da rangehen. Die Macht eines Warlocks ist beängstigend. Verteidige deinen Läufer. Dein Team greift an. Wieder gefallen. Läufer, wieder gefallen. Ey, der Funken geht genau drauf. Leuch! Ich hab ruhig, was du gemacht hast, hab ich jetzt gesehen. Zurück zu euren Basispunkten. Oh, der erste Funken war anstrengend. Von. Hey, du. Ich vertreff. Was? Null! Was? Hä? Ein Ververschildsturz gekriegt. Einsatztrupp ist geschlossen. Stimmt, kann er recht haben. Meiner nicht, aber deiner. Du bist wahrscheinlich Truppleder. Was macht denn da? Ja. Ja, und du hast so ne Flawless, Alter. Ich war ein Kuh mit Nerven, weil ich hab meine Flagge verloren. Ich bin rüber gesprungen, Sniper hat mir komplett die Ehre genommen und in A-Animationssätzen hat mich der Kabalwerfer getroffen. Ah, danke Jungs. Ach du Scheiße. Ja! Hey! Was ist denn da? Warum möchtest du denn von mir weg, während ich den in den Rücken schließe? Bruder. Die Strategie geht nicht auf. So, steht hier ja keiner in Raiden. Den muss ich wohl. In der Shotgun. Ist das nicht okay, oder? Ja, sowas weniges. LULT! Ja! Hihihiihi! Yes! Keine Erfahrung jetzt im Umgang mit den Tieren, ne? Ich schicke mir mal ein Bild. Guck mal, wo ich gelandet bin! Hehehe! Oh, leute! Oh, leute! Oh, leute! Also, es ist ein Umgang mit den Tieren. Oh, leute! Nies. Oh, leute!